Swix Strukturierungsgeräte werden in Kombination mit Steinschliff verwendet, um die Skier für die heutigen Bedingungen zu optimieren. Für Feuchtigkeit und Nässe benötigt man schärfere, tiefere und gröbere Strukturen. Es gibt zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Swix Strukturierungsgerätetabelle unterstützt Sie bei der Findung von passender Struktur und Werkzeug für jede Bedingung. 1,5 mm plus 1 mm Gewindestruktur wird zumeist bei Skatingskiern und Temperaturen zwischen plus 2 Grad Celsius bis minus 7 oder minus 8 Grad Celsius verwendet. Vor dem Strukturieren muss der Ski bereits eingewachst, abgezogen und gebürstet sein. Setzen Sie die grobe 1,5 mm Rolle vor das Gerät. Rollen Sie das Gerät von der Spitze bis zum Skiende und erhöhen Sie den Druck ab der Bindung. Um die Struktur zu verstärken, drehen Sie das Gerät und rollen Sie es vom Skiende zur Spitze, diesmal mit höherem Druck bis zur Bindung. Erhöhen Sie den Druck bei feuchtem oder nassem Schnee. Erhöhen Sie die Gitarra und das Gerät und erhöhen Sie die Gitarra auf der Bindung. Erhöhen Sie das Gerät und der Gitarra und der Gitarra, die Sie den Druck auspürt. Untertitelung des ZDF, 2020